glück auf ihr lieben willkommen zum nächsten video teil 2 aus dem dritten buch heute reden wir über die sonne und den mond wie sie sich bewegen auf ihrer kreisbahn beziehungsweise wie sie auf den verschiedenen kreisbahnen hin und her sich bewegen dann gehen wir noch ein bisschen auf die sonnenfinsternis ein wie diese zustande kommt ja ich versuche es einfach zu halten wie immer da gibt es glaube ich die 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 kiss methode keep it simple ich versuche das zu berücksichtigen es geht aber manchen sachen doch sehr ins detail daher kommen wir an ein paar zahlen nicht vorbei aber ich versuche die so gering wie möglich zu halten einfach um diese um dieses komplexe thema einfach zu halten am ende ist es auch einfach weil die mathematik von der wir reden ist 8 9 10 klasse für die deutschen die sage ich mal so in den anfang 2000er jahre in der schule waren alles was danach passiert möchte ich nicht für haften so naja also kommen wir zum zu sonne und zum mond ja also die sonne macht eine spiral bewegung so eine spiral bewegung ist etwas komplexes ja komplexe sachen bestehen aus mehreren teilbewegung ja in dem fall sind es zwei bewegungen in einer das ist einmal die kreisbewegung die ist hier um den mittelpunkt macht und dazu kommt eine art ja harmonische schwingung harmonische schwankungen hier harmonik aus lächen ja also das ist quasi wenn die wenn die sonne nach innen und nach außen rutscht so kommen übrigens auch die jahreszeiten zusammen und am äquator ist es natürlich immer am wärmsten da dort die sonne am meisten strahlt aber das ist ein anderes thema beim mond sehen wir natürlich dasselbe auch eine komplexe schwingung mit dieser kreisbewegung einmal da oben im ohrzeiger sind und dann natürlich die harmonische schwankung beziehungsweise schwingung kann man es auch nennen ihr dort noch hat ziemlich lange daher ist vielleicht schwankung das bessere wort um das verständnis von innen nach außen von außen nach innen ihr wisst worauf ich hinaus möchte ja also beim mond haben wir dasselbe wie bei der sonne diese spiralförmige bewegung der radius dieser kreisbewegung ändert sich ja anhand dieser harmonischen schwingung na also wie man es gerade schon gesagt hatten in der mitte einmal rum und währenddessen geht es nach außen und weiter nach außen und von außen geht es wieder nach innen und wieder nach außen und dadurch haben wir diese schwankung ja die sonne braucht 365,2 tage pro 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 umrundung also für diese kreisbewegung und der mond braucht 28,5 tage das heißt sonne und mond haben unterschiedliche geschwindigkeit auf dieser kreisbahn ja also haben sogar eine etwas unterschiedliche bewegung auf dieser kreisbahn nur fürs verständnis es ist das hin und her schwanken und wenn der mond natürlich den kreisbahn schneller zieht als die sonne dann ist auch das hin und her schwanken unterschiedlich und die haben nicht dieselbe bewegung gilt es hier im kopf zu behalten ja das heißt die sonne macht 28,5 kreise in 28,5 tagen und der mond macht 28 kreise in 28,5 tagen das heißt der mond wir habt ihr hinkt der sonne ein bisschen hinterher in dem fall zumindest bis in einem monatszyklus monat mond mondzyklus und so weiter und so fort ihr könnt das selber euch erklären und dann haben wir natürlich hier auch eine kleine berechnung da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein kann sich das jeder selbst angucken ich denke auch die 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 begriffe dürfen ihren deutschen klar sein der tag aus stunden ja nun mond period periode und so weiter und so fort ich denke ihr wisst worauf ich hinaus will ja und dadurch dass der mond da eine etwas unterschiedliche spielbahn da durch haben wir diesen ja diese dieses phänomen dass der mond jeden tag 50 minuten später als am vortag aufgeht ja also das ist durchaus erklärbar hier stellen wir fest wie sie sich bewegen anhand dieses beispiels ja dann haben wir natürlich hier die die spirale bewegung noch mal dargestellt zu verschiedenen zeitpunkten ja da gibt es wieder eine berechnung wie man das berechnet ist auch relativ einfach sieht nur immer durch die symbol ein bisschen komplizierter aus als es letztendlich ist ja dadurch ergibt sich natürlich dann auch ein vektor eine bewegung und so weiter und so fort gehe ich bei dem bild nicht weiter darauf ein ich denke das prinzip dürfte klar sein ja hier sieht es natürlich komplizierter aus keine sorge ich entschlüssel das ganz schnell ohne zu sehr auf die berechnungen einzugehen ja also eine komplexe bewegung ist das ergebnis der summe auf zwei von zwei individuellen bewegungen ja in unserem fall ist es die kreisbewegung plus diese schwankung wir uns vorher kurz schon mal erwähnt hatten ja die formeln beschreiben genau dieses phänomen das heißt in nummern und buchstaben ausgedrückt ist das im grunde genau dasselbe was hier oben in wird dann steht ja die die bewegung der sonne und des mondes sind komplexe bewegung und sind halt die summe der beiden individual bewegung ja die die der einen die eine komponente der der spiral bewegung ist die kreisbewegung der sonne und die kreiert den tag und die und die nacht ja das ist auch recht einfach zu verstehen wenn die sonne zu weit weg ist wird es dunkel wenn sie wieder näher kommt haben wir helligkeit und man könnte theoretisch der sonne hinterher fliegen und hätte immer tag ich kann da ein lied von singen oder alle können ein lied davon singen die ab und zu mal geflogen sind da gibt es so momente wo man am himmel ist und ständig im licht ist und so ein bisschen da gibt es diese diese anzeigen von dem flieger und man reist quasi der der sonne der lichtzone hinterher kennen bestimmt einige ja also der eine teil ist die die komplexe bewegung ja und daraus die eine teilbewegung die kreisbewegung für zu tag und nacht mit hilfe der kreisbewegung des mondes auch ja der mond braucht etwas länger also die angesprochenen 50 minuten ja weil seine kreisbewegung einfach länger ist in dem in dem moment beziehungsweise der der geschwindigkeit der andere teil der bewegung ist die schwingung also die harmonische schwankung die erschafft auch die jahreszeiten da die sonne und der mond umso näher sie in die mitte kommen umso wärmer wird es natürlich richtung nordpol da haben wir im internet halbkugel wenn man das sagen darf also nördlich vom äquator haben wir ja sommer frühling herbst ja wenn es natürlich auf der ganzen auf der innenbahn ist haben wir sommer wenn es ganz außen ist haben wir winter die sonne ist einfach zu weit weg dadurch durch unseren blickwinkel geht die halt später auf geht eher unter weil es einfach weiter weg ist von unserem sichtfeld und das licht nicht wie oft gesagt wird unendlich in die ferne scheint sondern das haben wir gelernt durch die durch die durch die gase die elektromagnetisch aufgeladen werden entsteht das licht und das passiert natürlich nur bis zu einem gewissen punkt nur noch mal kurz als wiederholung ja der andere teilbewegung ist wie gesagt diese harmonische schwankung und die schwankung des mondes führt dazu dass der mond immer zwei bis acht grad nördlicher oder südlicher als am vortag aufgeht beziehungsweise untergeht das kommt immer darauf an ja an welchem punkt der schwankung der mond gerade ist ja nur das kurz erklärt wie gesagt sieht komplizierter aus als es ist wer ein hohes mathematisches verständnis hat oder sich gerne hier antraut und seine mathematik fähigkeiten vielleicht nochmal aufzufrischen der darf das gerne tun ist wie gesagt keine komplizierten rechnung lässt sich anhand des beispiels auch berechnen die bilder mache ich immer mal groß um das zu zeigen und dann sehen wir natürlich zu unterschiedlichen zeiten sehen wir dieses bild einmal die sonne hier wie sie so nach innen geht und nach außen naja wie gesagt wenn sie außen ist dann ist hier winter im nördlich des äquators und ja um den äquator haben wir die gegenden wo fast immer warmes wetter ist oder immer gemäßigt und das liegt einfach daran dass wenn die sonne hier ist ist sie nah dran am äquator wenn sie hier ist auch noch auch noch nah dran am äquator so kommen wir zum ja kommen wir zum nächsten hier sehen wir natürlich noch den den mond wo er halt ist und seine tage was ich vorher schon gesagt habe ja und dadurch ergibt sich eine geschwindigkeit vom vom mond beziehungsweise eine distanz er fliegt 350,88 kilometer jeden tag und ja hat natürlich diese bewegung von von achse zu achse also der mond ist relativ fix unterwegs die sonne ist ein bisschen langsamer die macht sozusagen die volle schwankung in 365,25 tagen lässt sich an der stelle wieder berechnen ist ein schönes beispiel ja und die distanz zwischen den extrempunkten sind 5000 kilometer also was ich hier an der stelle gerne festhalten möchte ist es ist alles es sieht alles sehr human aus auch von den zahlen her sehr schöne schöne sache und dann kommen wir zum anna lemma ich weiß nicht wer es von euch kennt aber das spielt so ziemlich nirgendwo eine rolle aber jeder kennt es es ist an jedem tag ein foto gemacht worden zur selben uhrzeit ja dadurch ergibt sich bei der sonne dieses so genannte anna lemma ja das ist die bewegung weil die sonne halt immer an dem anderen punkt steht liegt einfach an unserem blickwinkel sie ist halt durch diese harmonische schwankungen rückt sie immer ein stück weiter raus und das lässt sich auch beobachten ja genau so sieht es aus beim mond da haben wir auch dieses anna lemma ihr könnt mir ja mal in die kommentare schreiben wer von euch das anna lemma kennt und sich damit schon beschäftigt hat das ist genau das was wir hier sehen hier hier sehen wir es natürlich von der draufsicht und hier sehen was von unten drunter aus einem schrägen winkel also die das gesetzeperspektive gilt es immer einzubehalten egal wo man steht man muss diese perspektive auch berechnen und mit ein kalkulieren ja durch diese spirale bewegung sehen wir diese spirale auch in der beobachtung dieses so genannte anna lemma und das kommt zustande aufgrund dieser komplexen bewegungen die wir natürlich vorher besprochen haben die aus den einzelnen bewegungen besteht selber haben wir beim mond und das ist eine ziemlich interessante sache da das anna lemma diese kreisbewegung die wir in dem vorgehenden bild hatten ich gehe noch mal kurz zurück bestätigt dann damit auch die kreisbewegung und auch die schwankung bestätigt das sollte man im kopf behalten also das ist zu beobachten das ist die theorie und beides bestätigt sich wer die wissenschaftliche minute kennt der weiß beobachten theorie aufstellen in der praxis überprüfen und wenn das dreist funktioniert dann sind wir nicht mehr bei einer theorie sondern bei einem gesetz wenn man sich jetzt überlegt evolutionstheorie gravitationstheorie relativitätstheorie ja das sind sachen die nicht in der praxis überprüft worden sind bis jetzt auf die bauen wir auf und ich finde das eine ziemlich gefährliche sache denn wenn wir auf theorien aufbauen laufen wir gefahr dass wir da wirklich in die falsche richtung gehen wir sollten eher uns auf die gesetze konzentrieren aber gut ich möchte nicht abschweifen an dem teil hier sehen wir noch mal die berechnung der der umdrehungsgeschwindigkeit ja die die sonne je nachdem wo sie natürlich steht lässt sich die umdrehungsgeschwindigkeit berechnen wenn sie natürlich drin ist ist sie schneller umso weiter sie rauskommt ist wenn es entschuldigung wenn sie drin ist ist die langsamer umso weiter sie rauskommt umso schneller ist sie hat einfach was mit der zentripedal zentrifugalkraft zu tun da ist das genau das gleiche die außenseite dreht sich bei einer gleichmäßigen bewegung immer schneller als die innenseite hat mit den distanzen zu tun ich glaube hier trifft auch zu hast du an weg ein spaß musst du an geschwindigkeit zu legen aber gut das nur dazu dann haben wir natürlich auch den linearen die lineare geschwindigkeit des mondes lässt sich genauso berechnen aber dasselbe prinzip ja gehe ich weiter dann haben wir natürlich auch die die geschwindigkeitsdifferenz die hat er hier auch noch mal berechnet ja also die geschwindigkeitsdifferenz ist wenn er drei müsste außen sein gelb ja ist die differenz 58 km pro stunde ja der mond ist einfach mal eine ganze ecke schneller auf der außenbahn könnte man noch in prozenten ausrechnen da würde man wahrscheinlich auf ein ähnliches auf ähnliche werte kommen so und dann haben wir natürlich die verschiedenen mondphasen die sich daraus ergeben denn die das feld der sonne oder die spiegelung der schwarzen sonne nach oben wird gebrochen in die positivenergie sonne und in die negativenergie mond wenn sich das überlagert in irgendeiner art und weise dann ist der mond nur noch zur hälfte zu sehen da die positivenergie immer gewinnt gegen die negativenergie wie im spirituellen so auch in unsere welt ja und daher haben wir die verschiedenen punkte haben wir einmal den den neumond der komplett schattig ist man sieht ihn nicht weil er komplett von dem feld der sonne überlagert wird dann haben wir den halbmond quasi das erste viertel wird sieht man hier kann man wie sich wie eine ohr um vorstellen haben wir viertel ja das erste viertel wird er halt zur hälfte überlagert dann haben wir am dritten punkt den vollmond da ist er komplett zu sehen weil die am weitesten auseinander sind also die spiegelung wir haben hier die schwarze sonne in der mitte die spiegelt hoch einmal negativ einmal positiv hier überlagert sich nicht der konus sehen wir dann vielleicht noch ein bild um das besser zu verstehen und dann haben wir natürlich den letzten wo man dann die andere seite des mondes also genau die gegenseite ja sehen aber auch nur die die hälfte nur um das mal kurz zu erklären und dann gehen wir natürlich hier drauf dann haben wir auch wieder den neuen mond wo der mond nicht zu sehen ist das liegt daran weil die schwarze sonne strahlt nach oben ja und die hat einen bestimmten der winkel der winkel ist hier eingetragen und in dem winkel über strahlt die sonne das feld des mondes ja oder die positive energie über strahlt das feld der negativ energie dadurch haben wir diesen mond hier natürlich auch wieder die konstellation karte mit eingetragen was ich auch sehr schön finde dann sehen wir das auch wieder wie das zustande kommt und es ist auch wieder nachvollziehbar ja neumond und hier haben wir zum beispiel noch das beispiel zweites viertel ja also viertel da haben wir wieder einen unterschiedlichen winkel und dadurch überlagert sich nicht komplett sondern nur die hälfte ja und haben den 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 halbmond mit diesem ich mir dieser sternkarte ist natürlich auch wieder eine schöne sache dadurch ist unsere beobachtung wieder also die theorie kann durch unsere beobachtung festgestellt werden wo man wieder bei einer art gesetzt sind laut wissenschaftlicher methode zumindest das meine meinung und dann haben wir natürlich noch den vollmond da sehen wir dass die sich gar nicht überlagern die sind am weitesten weg und hier haben wir den das letzte der letzte fall ja haben wir wieder die die halbe überlagerung von diesen konus artigen spiegelbildern die sich da ergeben sozusagen ja ist ein bisschen vereinfachter dargestellt einfach fürs für das verständnis ich denke dass es auch eine wichtige sache denn wenn es zu kompliziert ist dann macht es keinen sinn ja an dieser stelle kommen wir zur finsternis zum und finsternis wie das denn oder zur sonnenfinsternis entschuldigung wie man hier sieht da hat er auch eine schöne erklärung gibt es dann auch wieder paar berechnungen wie das zustande kommt ja und wir haben die finsternis sonnenfinsternis gibt es nur bei neumond ja also die gibt es nur wenn wir hier den neumond haben nur da gibt es die sonnenfinsternis ja dazu muss aber noch etwas dazu kommen und zwar die sonne und der mond müssen auf derselben position in ihrer kreisbewegung sein da das eine komplexe komplexe bewegung ist wird das selten passieren ja dann wenn dieser punkt erreicht ist dass sie an derselben position sind und gleichzeitig neumond ist dann übernimmt quasi die sonne den mond dann ja ist der 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 wie man hier sieht die scheibe übernimmt den konus langsam ja da wir ja die entfernung und die breite wissen kann man an dieser stelle die übernahme distanz ausrechnen und das entspricht genau dem durchmesser von sonne und mond ist für mich eine sehr interessante sache gerade eine sonnenfinsternis warum diese selten vorkommt wenn wir natürlich in das beispiel gehen und ich gehe noch mal zurück weil ich denke bilder sagen immer mehr als 1000 worte wenn man in die kreisbewegung geht dann muss und die hin und her gehen der mond schneller ist als die sonne hat man natürlich nur ganz selten dieses sonnenfinsternis kann sie aber auch berechnen an diesem beispiel und ja die erklärung ergibt sinn finde ich eine wunderschöne sache daher mag ich dieses buch ist eine sehr interessante reise und hier hat er natürlich dann auch noch mal berechnet wann es kommt wie lange es dauert und das lässt sich wieder anhand dieses beispiels berechnen ja ja ich zeige noch mal jedes bild ein bisschen da kann sich jeder selber auch gerne angucken hier haben wir die totale sonnenfinsternis ja und hier haben wir die die den anfang beziehungsweise den ende und hier kann man dann auch berechnen anhand dieser kreisbewegung und was wir wissen von den kompletten bewegung kann man genau berechnen wie lange es dauert 1,2 stunden ja hat ist relativ einfache mathematik schon ein bisschen höherwertig da hier komplexe bewegungen dazukommen aber durchaus sinnhaft und das lasse ich jetzt erst mal sacken weil als ich das erste mal gelesen habe musste ich mich ganz schön rein fitzen ich hoffe ich konnte es auf verständliche art und weise weitergeben und sehr stand beim nächsten video vielen dank